katastrophe bahnt sich an das beamten pensionssystem kann zusammenbrechen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren das hätte ich mal nicht so gedacht dass ich so etwas kumulieren könnte dann auch in dieser etwas vielleicht sprachlichen übertreibung aber steigen wir doch mal in das video ein und vielleicht geben sie mir auch recht dass da doch ein ganz großer teil wahrheit dran ist und dass die politik hier die handelnde politik hier schlicht und ergreifend seit 30 jahren komplett versagt hat meine damen und herren um was geht's deutschland altert nichts neues würden sie sagen ich sage auch nichts neues was für arbeitnehmer gilt gilt natürlich auch für beamte beamte bleiben nicht 25 jahre alt sondern die werden auch immer älter die kosten für die sehr zum teil sehr übigen paar beamtenpensionen sind explosionsartig gestiegen in den letzten 30 jahren um 50 prozent auf jetzt also im jahr 2023 jährlich 60 milliarden euro hören sich bitte die zahl an 60 milliarden euro das sind die pensionen für rund 1,5 millionen bundesbeamte landesbeamte und auch kommunalbeamte und diese unglaubliche summe zahlt der steuerzahler sie ich unternehmen und andere jährlich für diese pensionen ja und diese pensionen diese zahlen steigen und steigen denn und länder und kommunen machen eines die stellen frei weg beamte einfach ein so nach dem motto nach mir die sinnflut beamte kosten ja keine sozialabgaben da wird sozusagen kräftig gespart und der bummerang meine damen und herren der schlägt jetzt zurück immer mehr beamte gehen in ihren wohlverdienten ruhestand und die länder die kommunen und der bund haben für diese pensionen die jetzt gezahlt werden müssen so gut wie gar nichts zurückgelegt da gibt es jetzt eine eine rücklage aber die ist so lächerlich gering dass damit noch nicht mal 14 tage pensionszahlung aufgefangen werden können 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 also noch mal nach dem motto nach mir die sinnflut steigen die amtenpensionen in das uferlose schuld sind nicht die beamten meine damen und herren also sie können mich jetzt hier gerne hätten liebe beamtinnen und beamten in deutschland aber schuld sind nicht sie schuld ist die verantwortungslose politik der bundesregierung und der vorgänger bundesregierungen die diesen irrsinn zugelassen haben und weiterhin zulässt mahnende worte vorschläge diese misere zu lösen schlägt die politik grundsätzlich aus ja das interessiert mich eigentlich interessiert mich nicht was juckt mich sozusagen das was ich jetzt mache ich bekomme ja selber dann später auch mal eine fette abgeordneten diät sicherlich hat auch die bundesregierung und auch die handelnde politik richtig schlotternde knie wenn es um die lobbyierende beamten gewerkschaft geht die dann immer gleich mit dem vorschlaghammer draufhaut wenn hier irgendetwas zulasten der beamten gemacht werden soll und es wäre an sich so einfach das problem zu lösen schauen wir einfach mal nach süden ja bei mir ist es in die richtung süden in unser nachbarland österreich die haben das problem vor 20 jahren super klasse gelöst die haben gesagt okay das berufsbeamtentum gibt es bei uns so nicht mehr mit einer entsprechenden pensions absicherung sondern alle zahlen in den jackpot ein folgedessen ist österreichische renten sind deutlich höher als deutsche renten und die katastrophe bahnt sich tatsächlich an das banken pensionssystem wenn hier nicht gegengesteuert wird wird sicherlich irgendwann mal zusammenbrechen in einem bürgerforum am 7 märz 2023 im kottbus hat eine junge frau den bundeskanzler scholz gefragt finden sie es gerecht dass beamtinnen oder beamte und beamtinnen nicht in die rentenkasse einzahlen uhrton antwort des kanzlers sie kennen ihn ja mit einem schelmischen grinsen im gesicht ja da können wir den könig von preußen fragen seitdem ist das so ungefähr antwortete er ausweichend aus meiner sicht auch sehr überheblich und arrogant was meint er damit hätte es doch gleich sagen können wir haben den artikel 33 absatz 5 grundgesetz im blick das ist der grundsatz des berufs dort ist der grundsatz des berufsbeamtentums verankert und der verpflichtet den dienstherren dazu beamten und dessen familien ein leben lang einen angemessenen unterhalt zu zahlen als gegenleistung für dessen loyalität zum staat und zum dienstern das war früher im übrigen mal wirklich so dass man gesagt hat ja beamte kriegen nicht so viel geld wie arbeiter oder gut verdienende angestellte und deshalb sollen die sozusagen vom staat ihre alimentierung bekommen aber jetzt sieht die sache völlig anders aus meine damen und herren beamte im familienhaushalt verdienen schon im schnitt mehr kohle als angestellte die gehälter von beamten erhöhen sich aufgrund erfolgreicher tarifverhandlungen immer mehr laut einer umfrage der bundesbank erhalten haushalte mit einer beamtin oder einem beamten im medialen durchschnitt halten sie sich jetzt fest 79.900 euro jahreseinkommen im medianeinkommen oder im medialen durchschnitt liegt das einkommen eines angestellten der nicht verbeamtet ist bei rund 48.000 bei rund 58.400 euro als familieneinkommen angestellte zahlen in die rentenkasse ein beamte nicht pensionen der beamten sind ungerechtfertigter weise deutlich höher als die rente von gesetzlich angestellten meine damen und herren beamte bekommen im schnitt pensionen von über 3000 euro monatlich gezahlt wenn sie diesen betrag nehmen das mal zwölf multiplizieren haben sie dann die jahrespension und jetzt nehmen sie die 60 milliarden und dividieren das durch 40.000 dann kommen sie genau auf die 1,5 millionen beamte von diesen 3000 euro sind erfasst bundesbeamte landesbeamte und kommunal waren das ist ein eine beamtenpension im schnitt jetzt überlegen sich mal wie lange sie als angestellter im öffentlichen dienst oder irgendwo in einer fabrik selbst wenn sie bei der beitragsbemessungsgrenze sind arbeiten müssen um 3000 euro brutto rente im monat zu erhalten das schaffen sie im normalfall im leben nicht bei beamten ist es schlicht und ergreifend anders beamte bekommen im günstigsten falle 71,25 prozent ihrer letzten aktiven dienstbezüge als pension ausgezahlt hingegen bei rentnern das rentenniveau sage und schreibe 48 euro liegt beamtenpensionen steigen und steigen und wer trägt denn eigentlich schuld an dieser misere das ist unsere politik und genau das ist das problem dass beamtenpensionen sozusagen letzten endes auch ein keil in unserer gesellschaft treiben ein keil in unserer gesellschaft treiben weil die menschen sagen dass das ungerechtfertigt ist dass das nicht wahr sein kann dass wir für gleiche arbeit gleiches geld auch gleiche renten bekommen sollten und das ist im grunde genommen letzten endes auch eine tendenz warum es in deutschland aktuell wirklich auch ein aufschrei gegen die aktuelle politik gibt gegen die bundesregierung gegen diese ampelregierung die wirklich sage und schreibe verantwortungslose politik macht und im grunde genommen letzten endes gegen diesen demografischen irrsinn der sich ja mit ansage sozusagen abgezeichnet hat nichts macht auf der einen seite horrende beamtenpension auf der anderen seite werden gesetzliche renten immer mehr sinken meine damen und herren und die deutsche rentenversicherung muss ja laut den neuen haushaltsgesetz 2024 600 millionen euro sparen und insgesamt in summe über drei milliarden euro und jetzt stelle ich ihnen mal die frage was passieren würde wenn der gesetzgeber sagen würde beamte müssten jetzt auch ein bisschen was sparen was denken sie was da los ist die leute rennen sofort zum verwaltungsgericht und klagen gegen ihren dienstern meine damen und herren beamte werden nicht jünger sie werden älter genauso wie wir alle auch es gibt sogar beamten baby boomer und auch das kommt jetzt es werden immer mehr beamte in die pension gehen und die werden sich natürlich zu trefflicherweise freuen und sagen mensch bin ich froh dass ich beamter geworden bin da kriege ich jetzt von meinem dienst herrn eine richtig fette pension meine damen und herren so kann es nicht weitergehen das muss aufhören das beamtenpensionssystem wird ansonsten wenn nicht gegen gesteuert wird zusammenbrechen denn wir können bald das gesamte geld für das was wir an einnahmen haben an staatseinnahmen haben das gesamte geld müssen wir dann bald irgendwann mal für rente und beamtenpension ausgeben es wird geschätzt dass jeder zweite euro dann in diesen haus reingeht zusätzlich da noch die sozialleistungen für das bürgergeld und für asylbewerber leistungen und auch für die leistung der sozialhilfe das kann sich im grunde genommen kein mensch mehr in zukunft leisten und das kann auch deutschland bald nicht mehr leisten deswegen sage ich meine damen und herren auch wenn es bitter ist auch wenn es für die zukünftige beamtenpension für die zukünftige beamtengeneration bitter ist es muss aufhören beamte dürfen nicht mehr eingestellt werden ist berufsbeamtentum muss abgeschafft werden es müssen alle beamte alle selbstständige auch ich mache das in die gesetzliche rentenkasse einzahlen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel